Nachmenschen, wo stehendet, beginnt von der. Bei uns ist es Fähne, er kann hier ein klein bisschen Gas, und er kann hier in einem jungen Jahr, was hier ans Nubi ist, und ihre Mami will das nicht tun, und sie sagt, er kann Gas, und sie kann mir haben, früher ist der Wut, wer kann Soppen vielleicht, und sie will sich etwas hier abfixen, für sowas, und sie kann aber nichts selbst tun. So eine von diesen früh ist hier, was hier dann einmal gekommen ist, und sie sagt, sie würde da, und ich dachte, sie hat eine Gelegenheit, dass hier ein klein bisschen abschneiden, und ich kann hier noch ein Video zeigen. Ich will das jungen Früh hier gut abgeben, und ich glaube, sie wollen rütteln von den Unkern, weil sie auch so einen gräsen Schmuck lohnen, und so einen sehr starken Schmuck, meine Mami redet mich immer auch so einen Flachen, und weil sie noch sehr jung werden, und dann soll sie uns mischt, die Feuer um jederzeit, in 1,7,3, und wenn man ein bisschen alle wird, dann können sie uns bloß eine, oder zwei, um jederzeit, oder eben bloß eine, um jederzeit, die noch einen Schubs mehr anziehen, und dann soll sie sich das so einen der Buben führen, und dann dann soll sie die hier so, und vielleicht von dieser Seite kommen, dann könnte es vielleicht was die Bete sein hier. Ich stelle euch das Bete flechten, und dann soll ich das bloß tun machen, und wir laden so, sie hat so ein bisschen Hör, das wird Feiersappen geben, und jeder sieht, und dann wird Feiersappen schaffen. Feiersappen. 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 Ja, ich auch. Das kann man bloß drei, das wird eine Suppe geben. Und bis eine Nacht jung war, meine Mami, die hat er zu tragen, sie wollte dann nicht an den vierten Suppen flechten, und dann hat sie den vierten, den Kamm, einen Sockerwut, er entdecken. Mhm. Und dann hat er Feiersappen, und dann hat wie der Werkgeber das selbe Soppen, und dann hat er Feiersappen, und dann hat er Feiersappen. Wir werden das Bete stet, wenn sie Hörsbredeln anmerken. Weil dort, wir sollen, wenn man in der Rüte ging, dann würden die fliehen, und sie wollen nicht hochladen. Ja, dort. Kein Bedenken. Wenn man hier ein bisschen holen, da. Na ja, das war hier. Dort, wird mir sollen drei bringen, wie es ein junger Jahr wäre. Ja. Und sie machen... Und selbst dann hat er es nicht leicht, ich hätte das auch fertig gebeten aber dann látet es nicht ganz anfangen. Verhopfen eine so eine, so eine, so eine leute Sachen ermeyen, mit Feuer, und an diesem Jahr hat er so eine leute Ruhe, oh, ich weiß nicht, ich will mal so viel Ruhe gezogen, schmacken, hoher. Das entstand die Drähte sopp, die ich dann wohl merken. Aber das dann Feuer und jeder sieht. Feuer und jeder sieht, und... Wenn sie so viele Haare und so lange Haare, dann schafft sie es hin. Und ich glaube, dass die Baut in der Bauten hier ein Böntchen anstrengt ist. Und dann, wenn man dort ist, bevor es gemerkt ist, dann kann man dann nur ein Schubsmerken über dort. Es ist ein Stütz, von denen ich sage, dass sie vielleicht mehr so etwas verrastet haben. Ich glaube, dass sie nicht verrastet haben. Ich glaube, dass sie nicht mit drei kommen. Das ist alles, was ich nicht getan habe. Ich glaube, dass sie ein bisschen von einer Fränse enthalten haben. Und das sind alle drei. So steht. Und dann habe ich sie hier noch. Ich höre noch ein, dass... Und ich bestattere auch, wenn ich die andere höhe mache. Dann merke ich drei engen. engen, so steht. Dann wird der im Gesicht beruhigt. Dann wird der im Gesicht beruhigt. Dann wird der im Gesicht beruhigt. Und ich glaube, ich habe zu viel Haare und eine sieht, dass du etwas verdäumt und du etwas verdäumt. Ich habe mein Bohnen verloren und liegt hier auf der Flur. Na, oh Bart. Das ist dann noch schön wird. Du hast die ohne Hohenreden, Miao? Nein. Die Brücken. Muss sein. Ja, so. Viel Hohen habe ich noch niemals in mein Leben gehört. Nee, dort... Meine Fingerschwellen muss nicht rumwerkeln. So, die nächste Bohnen war... ...wärm geblieben. Und meine Fingerschwellen sind in den Knoppen wegen der Bohnen. Ich habe ein Klieg besser für jeden. Vielleicht sollten wir eine Gummtje... Das mache ich vielleicht. Aber ich kann dir eine Gummtje holen, wenn du wärst. Ich kann dir eine Gummtje holen, wenn du wärst. Ja, das ist das. Ja, das ist das. Das ist das. Kann ich mich für die Gummtje holen? Ja. Ja. So, wenn ich die andere Seite habe, dann muss ich das immer schlafen. Ich muss den Schimpf merken. Ich muss das auch sehen. Und ich habe diese Seite. Ja. So. Mir steht dann... Schöpftet er in der Bett. Sie sieht einen Krack. Über einen Haft. Aber immer. Immer schöpftet er nicht. Es tut nur, wie er sich in der Lande ist. Ja. Ja. Dann hat er die andere Seite bloß man gestört. Ich werde da hier nicht auch noch hoch reden. Ich wollte, seit noch einem jungen Jahr, wie er die vierten Säure am Kopf war. Den ersten Tag, als meine Mama dann die Flachten hat, er hat die Koppräte gegeben. Das ist sehr, sehr, sehr fast. Sie wollen nicht haben, dass die Fütsäuren aufgehen. Und das hat er noch für ein bisschen wei. So, ich habe den Tag. Sie wollen ihn nicht freustellen. Dann kostet er auch ein bisschen Hüllen. Das liegt so für ein ganzes Werk für Hüllen, nicht? Ja. Das bedeutet. Ich hoffe, wenn das Säure mag. Es knustert mehr, wenn er sich dann durchlein. Ja. Und dann den Säuren aufmerken. Um Sinn und wenn die Tiefen zum Fräschensäuren merken, dann er aufmerken, dass er noch ein bisschen was auf sich will. Weil er heute will. So hat er halt gebackt. Dann muss man einzig nur mit Wurstpulver wurschen. Mit starken Wurstpulver. Und dann unterschieden, das sollte ich doch gleich rüte. So hat seine Schmerke Hülle. Die Hülle wird fernschelfen. Sie hat seine Schmerke kralen. Wenn die Hülle noch ein bisschen kralen, dann lässt das nicht ganz so sein. Wenn einer einen Fehler merken wird, dann... Er hat die dritte Säure vorig. Und dann deckt er das, was ich jetzt hier verrast habe. Und dann deckt er das, was das mag. Dann nehme ich meine drei Stremels. Ein Stremel aus mir steht das ab, was ich jetzt hier verrast habe. Und dann deckt er das, was das mag. Ich sage nicht, wie lange ihr das habt, was ich verrast habe. Da war ich einmal mal ein Frieren. Sie wohnt hier dicht. Ja, wohnt hier. Ich wohnt hier. Mir fällt mir das Jutz, mein Bond fehlt mir. Mir war ich nicht. Der ist für jeden kaltes Schäub. Das ist hier. Ich habe das gemacht. Jetzt brauche ich nicht. Das ist ein Schmerke. Der ist jetzt hier. Der wird nicht ein Schuch. Da ist ein Schuch. Das war die Schuch. Das möchte ich nicht sein. Der ist das hier. Du musst jetzt mal nicht Mut haben. Nein. Wir wollen auf den Stab schaufen. Das war sehr fair. Das war wie ich. Aber wir mussten den ganzen Werkgeber auf den Stab schaufen. Mit unseren Soppen. Dann sind wir näher. Auf den Boden und dann näher. Jetzt sind wir vor dir. Wenn wir wohnen. Und die haben eng zu sein. Dann wirst du nähen starten. Und dann schubs merken. Du wirst du nähen tragen. Und sieg mal wenn du enger du. Und ich sollte ein bisschen länger wissen. Wissen bitte du holen. Ob die nicht klar mehrere ehes wird. Die Leute wird schoffen. Ob die vielleicht die hohen bitte durchschauen. Das ist nicht schön. Also nehmen wir einen. Nicht ganz so schwer. Und hoher. gleich. Und ich mache das. Wenn sie mir eine hoher pülen dort. Ich weiß nicht. Er ist nicht so schwer. Aber es ist sehr maglich. Du hast den Schubs dann. Das ist der Tein, der wir uns nicht tun haben, weil das immer ein bisschen in Tein sein wird. Das wird dann matt und dann 1,7 und 1,7 und 3 Eisen werden müssen. Das ist gar nicht so stolz zu wollen. Bei Ecke habe ich bloß 2 Eisen gebrockt. Und dann habe ich das Eises gebrochen und dann habe ich den Schöps. Opa, das lehrt ihr euch mal, Opa, früh. Denn umdreht sich gar ein Rotweiten-Motiv von der Opa. Das Opa, das lehrt ihr Strom, checkt mal, hachte Grün. Lass uns auch mal schämmerlich aus. Das schmeckt stähl. Du bist schön. So, in dieser Früh habt ihr es nicht vorig gebrochen. Na jo.